Hallo und herzlich Willkommen zu unserem nächsten Let's Play. Diesmal spielen Monopoly in der Star Wars Edition. Mit mir spielt Dr. B. Servus. Und Lovie Herbert. Meine Wenigkeit in Nightmare Water kennt man ja mittlerweile schon. Gut. Wie immer fangen wir erstmal mit den Regeln. Ja. Was soll man sagen? In Monopoly geht es eigentlich darum, Eigentum zu erwerben. Hier in der Star Wars Version sind es natürlich die verschiedenen Planeten, die man aus diesen ganzen netten Star Wars Filmen kennt, wie Javin 4, Tatooine oder auch Dagobah. Genau. Man muss das Eigentum erwerben und möglichst gewinnträchtig vermieten oder verkaufen, um im Endeffekt der reichste Spieler zu werden. Die Spieler starten alle auf dem Losfeld. und würfeln mit ihren Spielfiguren im Uhrzeigersinn rund um den Spielplan. Hier haben wir natürlich sehr schöne, detaillierte Spielfiguren. Wir haben einen Stormtrooper, wir haben Lord Helmchen, ey, ich meine Darth Vader, und Han Solo. Ja, landet eine Spielfigur auf einem Grundstück, das noch niemandem gehört, so kann der Spieler von der Bank dieses Grundstück kaufen. Will aber der Spieler nicht kaufen, so wird es an denjenigen versteigert, der am meisten bietet. Spieler, die Grundstücke besitzen, erhalten Miete von allen anderen, die darauf landen. Da der Bau von Häusern und Hotels die Miete beträchtlich erhöht, sollte man möglichst viele Gebäude errichten. Bei Geldmangel kann man Grundstücke beleihen und dafür Geld von der Bank erhalten. Die Anweisungen der Ereignis- und Gemeinschaftskarten, hier in Rebellen- und Imperiumskarten aufgegliedert, müssen immer befolgt werden. Manchmal wandern Spieler auch ins Gefängnis. Ja gut, und wie schon gesagt, das Ziel des Spiels ist, als einziger Spieler dem Bankkrotz zu entgehen, um Monopoly als reichster Spieler zu beenden. Ja, damit wäre, glaube ich, alles gesagt, außer natürlich, dass Monopoly das erfolgreichste Brettspiel der Welt ist und aus Amerika kommt. Und inzwischen in 37 Sprachen vertrieben wird und in über 103 Ländern. Die ganzen verschiedenen Versionen davon nicht mitgerechnet. Und dann würde ich sagen, wir fangen an mit an. Wie ist es, wenn man Pasch würfelt? Wenn man einen Pasch würfelt, dann darfst du nochmal würfeln. Wie ist es, wenn man direkt auf das Losfeld kommt? Dann kriegst du das Doppelte von den Credits, die dort angezeigt werden. Ich glaube, es sind in diesem Fall jetzt... Vier. Vier tausend Credits. Vier tausend Credits. Würdest du acht tausend Credits bekommen. Handeln, Unterspieler. Immer der, was dran ist. Immer der, was dran ist, ja. Aber ich würde sagen, Handeln ist immer so eine inoffizielle Regel. Monopoly kann man mit zigtausend Milliarden Regeln spielen. Deswegen... Handeln erst nach der zweiten Runde. Okay, wer darf anfangen? Ich würde sagen, der kleinste. Beziehungsweise der jüngste. Beziehungsweise der jüngste. Der kleinste wie du. Beziehungsweise der jüngste. Lobby Herbert. Lobby Herbert. Lobby Herbert. Nach Anfang. Fünf. Sehr schön. Das wäre jetzt ein Raumhafen, beziehungsweise einer der neuen TIE Fighter. Nun, du kannst ihn natürlich kaufen. Natürlich. Für Sage und Schreiber 4.000 Credits. Und dafür bekommst du diesen wunderschönen TIE Fighter. Die TIE Fighter funktionieren in diesem Spiel wie die ganzen Bahnhöfe, die es sonst immer gibt. Genau. Na, Tatooine, die kaufen wir noch. Für 2.800. Ja, ich glaube, ich muss jetzt nicht jedes Mal vorlesen, wie viel Geld ich ausgehe. Doch. Ach, genau. Okay, dann habe ich jetzt gekauft. Tatooine Lars Heimstadt. Na ja. Nebens gefällt mir. Irgendjemand hat mir gerade Jodas Hütte geklaut. Was? Den Sumpf von Dageba. Der fehlt mir. Der liegt hier. Oh. Den musst du erst auszahlen. Wir haben vorhin vergessen, man kann auch Credits eintauschen gegen diese wunderschönen Metallmünzen. Für sage und schreibe 50.000 Credits gibt es eine Metallmünze. Dam, 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 dam. Ein Pasch ist doch schön. Ja, bitte. Auf dem Rebellenfeld. Nur gut. Du fliegst durch den Hyperraum nach los. Ziehe 4.000 Credits ein. Kriege ich jetzt nicht 8. Du kriegst 8.000 Credits, ja? Alter, mal, ich krieg 4, dafür, dass es auf der Karte steht, dann krieg ich nochmal 8.000, weil ich kaufe. Nein, du kriegst insgesamt 8.000. Und ich hatte einen Pasch. Du darfst nochmal. Ja. Bei einem dritten Pasch ins Feuer geben, muss man ins Gefängnis. Das wissen wir, gell? Deswegen wirfe ich nur nicht rein. Ich kaufe es. Für 1.200 Credits kann Jodas Hütte dein sein. Das sind 1.000er. Und 200. Und das ist meins. Da riecht es bestimmt nach nassen Fell. Jodas hatte kein Fell. Ist egal. Das war das grüne Ding. Du bist dran. Ein Pasch. Pascha halt. 2.800 für Mos Eisley. 4.400 für die Carbon-Gefrierkammer in der Wolkenstadt. Wechsel. Wechsel. Nein. Was? Ich krieg 5.200. Ne. 5.600. Oh, die Bank. Die Bank. Ja, die Bank ist hinten dran. Die Bank muss höfiger mit seinen Kunden gehen. Sie lieber nochmal nach. Halt, klappt. Banker sind zu deinen Gunsten. Also wie war das? Oh, eine Ereigniskarte. Nein, Rebellion. Ja, eine Rebellenkarte. Du erwirbst die Fahrerlizenz für einen Landgleiter. Zahle 3000 Credits an die Bank. Wir kontrollieren das. Falls man das nicht... Ja, es sind 3000. Aber das ist ja... Wie immer hier. Ah ja, ich stehe. Ja, Freikorten. Ja, Freikorten. Jetzt weiß ich wieder, für was das war. Genau. Bitte 6 vor. Für 2400 könnte Ihnen das Nordgebäude gehen. Natürlich, ich nenne das Nordgebäude. Hier sind die 2400. Dankeschön. Ich danke. Endor Wald. Wie viel? 7600. 6000. 6000 Friends. Dankeschön. Na, den kaufen wir auch. Für 4000. 4000. Genau. Okay, okay. Ich habe noch keine pinke Kappe. Kommst du auch. Ich hätte gerne eine Orangen. Ach, den nehme ich auch. Warum nicht? Natürlich, den Millennium Falcon für... Ja, das ist die richtig coole. Alles andere ist ja hier mal... Auch so einen Sternzerstörer hatten wir auch. Und wie viel hat der Millennium Falcon schon kaputt gemacht? Keinen einzigen. Vielleicht soll ich die Filme genau erkennen. Tja. 8000 Credits für Lord Vader. Loops fordern. Nein. Na, das ist doch schön. Den kaufen wir doch. So viel Geld hast du überhaupt nicht mehr. Doch, so viel Geld habe ich. Aus der Bank wird nicht bedient. Das tue ich nicht. Du kriegst noch 3000 zurück. Ich weiß. Ja, aber... Ich habe mich einmal verrechnet. Ja, ja. Verrechnet das Ende. Ja, ja. Aber doch, es war wirklich verrechnet. Das ist die falsche Person zu wie gegen. Ah, super. 8000 Credits für Lord Vader. Könnt da nicht schon jemand? Nein, aber ich muss kurz etwas Geld wechseln. Er muss zahlen. Ja. Ach so, das ist zahlig Geld. Ah ne, da muss ich ja nicht wechseln. Das ist ja schön. Du kannst dein Los einfach drin lassen. Wunderbar. Zeit für Freipackung. 8, 9, 4, 5. Das lohnt sich doch noch gar nicht. Ja, lieber jetzt, als wenn ihr nachher... So. Ja, dann hole ich schon später noch mal. Sag du weniger meinen Namen, du Sander. Sollen wir das nachher rauspfeifen? Ja, bitte. Gut. Carbon-Gefrierkammer der Wolkenstadt. Sie gehört schon jemand? Ja. Ja. Dann komme ich 360 Credits Media. Au. Ja, Mann. Aus der Portokasse. 360, bitte schön. Das ist das Schöne an diesem Spiel. Der Teil des Geld kommt immer wieder zurück. Ja, ja. Du hast trotzdem 200 Mieten. Und? Das habe ich... Aha. Nooo. Okay, das biebst du mal auch raus. Ich höre schon. Ich höre schon. Der Film wie so. Monoblick. Bin ich aufs... Ja, du musst dran. Ich habe gerade Echo Basis gekauft. Nee, Quatsch. Ich habe die Eisstäppe gekauft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Schildgenerator, den hat noch keiner. Den nehme ich. 6.000. Ja, ja, klar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bitteschön. Dankeschön. Werktörkerl. 3.000 Credits. Aber klar hoch. Aber viel schön. Ach, bei meinem Glück. Das heißt, wenn ich Deutsch bin, sie dürfen mal handeln, oder? Gehört ihr schon, oder? Oh, nein! Mit dem Hirnumfang! 500! Und damit ist die Miese beendet! Du weißt! Ich kann wechseln! So, nein! Wechsel mal das! No! Ender hat 200. Warum gibt es eigentlich keine 500? 2, 4, 6, 8, 10! Da war der Uwe! Dankeschön! Aber ich bin schon wieder da! Ich mag dieses Spiel jetzt irgendwie! Ich bin am verlieren, ja! Eins, zwei, drei, vier! Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf! Na, danke! Schöne dir? Nein, aber das ist Landungssteuer! Du musst 4.000 kr. zahlen! Ach so, das ist die Scheiße! Ich denke mal, das ist das... Du musst aber nochmal, du hast einen Fasch! Mäh, ist das schon da drin? Ja, das ist schon da drin! Das tut gar nicht weh, wenn wir uns die Kinder hatten hatten! Ja, ja! Mit der 11! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf! Könnt der schon die... Ja, die auch! Ich hab's wahrscheinlich noch gemerkt! Ah, eine Imperiumskarte! Das sieht so richtig drauf! Reise zum nächsten Raumschiff! Der Eigentümer erhält das Doppelte der normalen Miete! Hat noch kein Spieler einen Besitzanspruch auf dieses Feld? So kannst du es von der Bank kaufen! Das ist ein X-Wing-Fighter! Und das Schöne an diesem X-Wing-Fighter ist, er gehört mir! Also tausend! Dankeschön! Er hat den Pasch! Den kaufe ich! Ich hatte... nein! Ich hatte zehn! Vom Bahnhof zu Bahnhof ist zehn! Ja, stimmt! Den kaufst du! Also 4000! Und der zweite Bahnhof! Jaaa! Ach, Mann! Du fliegst durch den Hyperraum nach los! Ist das schön! Ist das schön! Was bringt dir das ganze Geld, wenn du es eh mal an uns zahlen musst? Bis jetzt noch! Ich habe große Pläne! Ich auch! Der Fünf! Dam, dam, dam! Ah, der Fünf hat er! Wolltenstand, Carbon-Gefrick haben wir? Ja, natürlich! Die ist schon weg! Bam, bam! 360 bitte! Schon wieder! Reiche Spiel wie vorher! Ja, du weißt ja, wo du hin musst! Vielen Dank! Dankeschön! Ich bin jetzt meiner, der die Mütte pünktlich zagt! Ich bin jetzt meiner, der die Mütte pünktlich zagt! Tjaaa! Ich glaube, wir spielen gar nicht um die Straßen, sondern um los! Äh, freie Paarben! Ja, um Leuschbauer ehemann! Echo Basis? Die gehört noch keinem! Hahaha! Das gehört sich hier! Haben und nicht brauchen! Kannst du mich teuer verkaufen dann! Ja, und ich kauf beide von ihm! So was er bleibe ist! Ja, das geht wahrscheinlich schneller! Im Monopoli war ich noch nie gut! Ah! Elf! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf! Was ist das? Das Iwokdorf? Das hat noch keiner! Das hätt ich gern! Für 6400! Och du! Ah, ich hab hier noch Zehner! Ich dachte gerade so jetzt, aber... Ich dachte gerade so jetzt, aber... Sehr interessant, wenn dann alle Straßen noch... Bauen darf man erst, wenn alle Karten verkauft sind, oder? Ja! Sobald alles weg ist! Das waren 6000! Oder sobald du eine Straße trinkst du leckerst! Ja, trinkst du wieder! Ja, trinkst du wieder! Ne, Moment! Was? Ich hab den Zehner gegeben, das Ding kostet 6400, dann kriegt 3600 wieder! Jaaa! Ich brauche mal ein bisschen Entschuldigung! Ein bisschen! Äh, ich mein... Vielleicht piepste ich das auch raus! Das waren elf! Jemand anders darf! Ja, der Herbert! Lobby Herbert! Lobby Herbert! Lobby Herbert! Ahaaa! Das ist nicht meins! Ja, das ist meins! Ich hätte keine 100! Ich hab kein Kleingeld mehr! Kleingeld! Kleingeld! Ach, verflucht! Ich hätte gerade 500! Noch freut er sich! Ich mag das Spiel! Ach! Wenn ich gut drin bin! Ich mag das Spiel nicht! Ich verliere immer! Immer! Komm zu mir zahlen jetzt! Also... 5 gibt's ist noch frei, oder? Welche hast du von den Dinger? Welche? Von den letzten! Dein Platz des Volkes! Die andere ist noch frei, die Würfel! Der imperiale Palast ist noch frei! Würfel! Ist das das Teure davon? Ja! Gut, dann hab ich etwa 5 oder 6! Beides ist ein Volltreffer! Ja! Ich nenn ihn mal 3! Ich nenn ihn mal 3! Hehehehe! Hehehehe! Sieg 100 hätte ich dann gern! Hehehehe! Hehehehe! Ja! 2! 6! 7! Dankeschön! Saτε! Mos Eisley! Genender, gehört ihr schon! Was? Ted Mosby? Ja! Ted Mosby! Ha! Uuuuh! Tchch belli! 4400, na das nehmen wir doch! Hatt noch mal Glück grad! Meja? Die nächsten beiden Glückstone sind 2 und 3! Hehehehe! Das war's andere Bucht! 2 und 3. Ja. 2 kriege ich über die Straße, bei 3 kriege ich 8 draußen. Aber das andere ist nicht so toll. Wie zum Beispiel 11. Eissteppen, das ist meine. Ich krieg 120 von dir. Mein schönes Geld. An dich. Ab und zu muss ich ja auch ein bisschen Glück haben. Und ich hab hier nur Kleinscheiß rum. Kleinscheiß macht auch uns die Leute glücklich. Der Masasi-Tempel, den hat noch keiner. 3600. Oh. Achso, es sind 200. Warte mal. Ich könnte meinen, euch geht langsam um ein mies Geld aus. Ich hab auch ein paar mehr Straßen wie du. Ja. Ja. Na, die kaufen wir noch. Drei Räume. Und da hin, geht das Geld. Ja, ja, ja. Muss ich jetzt wirklich eine 12 würfeln, um auf 5 Haken zu kommen? Äh, ja. Na dann! Es wird ja wohl einfacher, oder? 11. Der muss eine 13, pass auf. Ein Teil davon hatte ich schon. Es wäre wenigstens mal eins. Ja, das ist dein. Schwein hier. Ja. 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 Ja.